Träumen Sie von einem Jacuzzi in den eigenen vier Wänden oder sogar von einer ganzen Wellness-Anlage? Dann sind Sie richtig bei Well & Mo in Kloten. Bei uns bekommen Sie alles rund um Wellness. Seien es Jacuzzis, Whirlwannen, Dampfbäder, Solarien, Wand- und Bodenbeläge oder Saunen mit entsprechendem Zubehör. Wir übernehmen auch die Projektleitung, wenn Ihr Badezimmer umgebaut oder eine Wellness-Anlage in Ihrem Haus eingerichtet werden soll. Durch unsere langjährige Erfahrung im Wellnessbau und die Zusammenarbeit mit unseren kompetenten Partnern wie einem Saunabauer, Elektriker, Sanitär oder Glaser, können wir die komplette Raumgestaltung realisieren. Auf Wunsch sorgen wir auch für Unterhalt und Reinigung. Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung, lassen Sie sich beraten und tauchen Sie gleich vor Ort zur Probe in die Entspannung ein. Im Solarium, in der Sauna oder im Jacuzzi.